Musik Mein Name ist Felix Fitzek, ich bin Privatkundenberater bei der Volksbank Vorkheim. Und das Tolle an meiner Arbeit ist die Möglichkeit, dass ich zum einen direkt vor Ort arbeiten kann, wo ich auch wohne, und zum anderen auch das gute Verhältnis zu meinen Kunden. Es hat sich in den letzten Jahren Vertrauen aufgebaut, man kennt sich privat und man sieht sich auch regelmäßig. Also kommt vorbei und lern uns kennen. Ich bin die Karin Kropfelder, bin Filialleitung in der Volksbank Vorkheim. Ich gehe halt total gerne in die Arbeit, weil einfach wir Tolles miteinander haben. Wir schauen gegenseitig aufeinander, kennen uns untereinander. Wir sind irgendwo mehr als nur Arbeitskollegen, sondern Freunde. Und es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Also komm du vorbei und lern uns kennen. Mein Name ist Christian Bleier, ich bin in der Kundenberatung tätig. Besonderen Wert legen wir eben auf Digitalisierung. Wir benutzen iPads und zeigen damit den Kunden anschaulich, was er im Endeffekt für Möglichkeiten hat im Geldanlagebereich. Und hierfür sind wir der Begleiter und es ist natürlich wichtig, dass man einfach auch fit selbst in diesen Dingen ist und sich auskennt, weil nur so kann man es den Kunden im Endeffekt gut rüberbringen. Komm vorbei und lern uns kennen. Mein Name ist Christina Schmidt und ich bin jetzt seit einem Jahr fertig mit meiner Ausbildung zur Bankkauffrau. Ich habe jetzt eine Fortbildung zur Bankfachwirtin angefangen. Hier habe ich viele Seminare und auch Schulungen. Dadurch stehen mir jetzt alle Möglichkeiten bei der Volksbank offen. Komm doch vorbei und lern uns kennen. Persönliche Beratung mit engagierten Mitarbeitern ist gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung von herausragender Bedeutung. Wir beraten von Mensch zu Mensch. Sie wollen etwas bewegen und sich für das Wohl Ihrer Kunden einsetzen. Dann kommen Sie zu uns in die Beratung. Dieser Stuhl wartet auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und Millennium Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.